Willkommen bei Blackwood Pharmaceuticals. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer klinischen Phase 1-Studie. Wir engagieren uns für eine zukunftsweisende Forschung. Ohne Ihre Hilfe wäre all das nicht möglich. Es ist eine Doppelblind-Studie. Sie dauert fünf Tage. Von nun an interessiert uns, wie lange Sie wach bleiben können. Lass mich raten. Empfehlung von einem Freund. Easy verdientes Geld, richtig? Es gab keine anderen Optionen, also. Jung, pleite und verzweifelt. Super Versuch, Studienkombi. Atmen Sie tief ein und halten den Atem an. Schwindelgefühle? Nein. Übelkeit? Nein. Kopfschmerzen? Nein. Es sind Ihre eigenen Antikörper, die diese Entzündungen hervorrufen. Ich kann das nicht. Bitte holen Sie mich aus! Ihr ganzes Immunsystem gerät völlig durcheinander. Auf diesem Telefon finden Sie die Wahrheit dessen, was hier wirklich passiert ist. Sicherheitsverstand. Ihr müsst alle wach bleiben. Schlaft nicht ein. Schließt nicht mal eure Augen. Wenn ihr einschlaft, dann sterbt ihr. Ich bin ein. Schnellcamp. Ich bin ein. Schnellcamp. Ich bin ein. Schnellcamp. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020